Qualität bei Qualitätsmodulen bewirkt, dass sie tatsächlich eine höhere Chance geben, Qualität zu bekommen. Also wenn du in ein Qualitätsmodul Nummer 1 oder Stufe 1 eine ungewöhnliche Rarität gibst, dann hat es 1,3% statt 1%. Wie ist das auf Stufe 3? Auf Stufe 3 ein Qualitätsmodul bietet 2,5% und auf ungewöhnlich 3,2%. Hoch bis 6,2% auf legendär. Boah. Also ne, Maximum statt da irgendwas mit 19,5 kriegst du dann. Äh, ne. Da stand da mehr. Warte. Ähm, maximal 48, äh, 48, Digga. Auf 24,8% mit 4 Qualitätsmodul 3 auf legendär. Weil du kannst ja in der Sampler Nummer 3 auch 4 Module reinpacken. Deswegen 24,8%. Das ist das Maximum, was du machen kannst. Okay. Alter, wir haben nur ein Belt für Kupfer. Das ist natürlich ein bisschen... Ja, wir haben auch nur eine Kupferproduktion. Aber, ne. Das ist halt so... Ja, elektrische Öfen, Digga. Wir brauchen elektrische Öfen, dann können wir eine neue Produktion bauen. Aber dafür brauchen wir erstmal Roboter. Erstmal Roboter, dann elektrische Öfen. Dann können wir die Produktion komplett umstellen mit den Robotern. Das geht doch nach dem Plan. Mindestens mit den Robotern. Ja. Also, so, das... Das, äh, hasse ich auch, ne? Diese... Ja, brauche ich dann... Hm. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich mit Green Circuits anfangen soll. Also, worauf du Bock hast. Wie gesagt. Ja, aber wenn ich damit anfange, wenn wir davon ein paar haben und dann wir das eh umstrukturieren. Weil ich weiß ja nicht, wo ich das Kupfer erziehen soll. Ne, ne, also, äh, die, die Produktion selber wird ja nicht umstrukturiert, wenn du die dahin baust. Die bleibt da ja. So, das wird ja wahrscheinlich bis zum Ende da stehen bleiben. Es ist nur so, dass du quasi dann den Anschluss nochmal neu ziehen. Aber das ist ja nur eine Linie, so. Das ziehen wir neu. Was halt neu kommt, ist dann halt hier die gesamte Öfenbereich. Weil wir die elektrischen Öfen da ja 3x3 haben. Die müssen ja komplett geändert werden, das gesamte Layout. Und da können wir halt auch sagen, okay, wir ficken jetzt vielleicht einfach auf die Steinen vorkommen und auf das Kupfererz da unten und bauen es einfach drüber. Dann haben wir viel mehr Platz, um da richtig viel Öfen hinzubauen. Und, äh, die haben wir jeweils ja auch eine größere eigene Ressource, so, als Beispiel. Boom. Boom. Schön. Dann mach ich das hier mal. Boah, wie verkackte Steine hier sind. Aber weißt du was, ich jag euch alle in die Luft. Okay. Oh, yo. Ah, und dann baue ich euch per Ant ab. Ach, das dauert genau so lange. Was machst du, du? Vielleicht noch ein bisschen. Ach, die Steine. Oh ja, die sind ätzend. Ja. Sehr dich. So, geht schnell per Ant. Das sieht so krass aus, ne? Naja, die Züge. Oh, was ist der Dreck? Jetzt hab ich die Kurve. Wie wunderschön. Kannst du die, äh, die, äh, ganz rechte Kurve auch noch so, so gerade machen wie die anderen? Nee, kann ich leider nicht. So ein bisschen hoch. Geht das ein bisschen gerader, falls, warte mal. Kann man nicht den einen Mast irgendwie dahin bauen? Und dann könnte man die so ein bisschen näher ran machen? Das ist vielleicht optisch. Nein, weißt du weswegen? Weil, ich zeig's dir. Nee, nee. Weil, wenn ich jetzt, mach da dein Blue, dein Blau wieder kurz weg. Okay. Ich hab ja ne Gerade. Und die muss ja perfekt passen. Ja. Und deswegen. Siehst du das? Ja, aber du kannst doch trotzdem dann. Also das geht ja nur um den... Nee, aber wenn, ja, aber das Problem ist, bei diesem Blueprint, wenn du das in der Mitte setzt, das hab ich halt auch am Anfang gemacht, dann passt die Gerade nicht mehr. Und dann kannst du die Gerade nicht mehr bauen, weil der Mast bei der Geraden sagt, da ist ein Objekt, was nicht gebaut werden kann. Okay, warte mal. Ich, äh, checke ich gerade noch nicht. Äh, hast du das schon abgespeichert einmal? Nein, Moment. Bitte einmal. Ich muss einmal kurz noch... Das machst du mir auch mal eben sicherheitshalber. Hier, hier, hier und hier noch machen. Dann muss ich das jetzt einmal abspeichern. Moment. Äh. Und... Oh, ich weiß nicht, wie man Kurve schreibt. Ich bin so ein Arsch, ne? Okay, zack. So ein Arsch. So ein Arsch. Dann speichere ich das ab. Und jetzt macht das mal. Und... Hier. Ich pack dir das mal rein und du musst dir nur die Vorlagen bitte benutzen. Und jetzt pack da mal eine gerade Kurve rein. Nee, also... Pack da mal eine gerade Kurve rein. Dann weißt du, was ich damit meine. Eine gerade Kurve. Ach so, weil... Eine gerade Kurve. Ach so, meinst du, weil du halt den Mast auch noch immer mal mitgezogen hast. Richtig. Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal, bitte. Ich hab das in die Blow-Pause gepackt. Mach mal. Mach mal. Ja, ich check, was du meinst. Das klappt natürlich nicht. Nein, komm. Ja, ich verstehe schon. Ja, aber mach. Okay, ich mach. Ich mach jetzt eine gerade da rein. Oh, das geht ja gerade. Oh, das ist... Oh, da fehlt eins. Ja, aber ich setze es ja auch nicht. Selbst wenn ich da mit Shift reingehe, wird das ja nicht oben als Abrissbefehl gemacht. Das wird einfach nur nicht reingesetzt. Ja, und? Ja, aber das ist un-satisfying. Okay, verstehe ich. Das ist einfach scheiße, weißt du? Ja, das ist un-satisfying. All right. Du möchtest das so setzen und das muss passen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber dann, warte mal. Was ist, wenn man das Blueprint nicht mit den Überhängen macht, sondern einfach nur so? Das Ding selber. Ist genau dasselbe Prinzip. Genau dasselbe Prinzip. Genau dasselbe. Wenn du dich jetzt da gerade ransetzt, verbindet das auch und nichts ist passiert. Alles gut. Weißt du, warum muss man da noch einen Mast davor setzen? Was für einen Sinn hat das? Eigentlich keinen, oder? Geht auch ohne. Ja, aber dann kann man das trotzdem immer noch besser anpassen. Weil das Problem ist, wenn du ja die eine Schiene zur anderen setzt und da ist kein Mast hinter, dann führt es viel schneller zu Fehlern. Aber das ist ja quasi ein Fehler in der Konzeptphase, wenn man die Blueprints erstellt und nicht dann im Bauen. Wenn man die so baut, dass das tatsächlich immer connected, also immer auch verbindet, die Mäste, dann ist das alles Tutti. Das, was ich halt... Moment, ich... Ich wollte nur was ausprobieren. Ich finde es trotzdem bei mir schöner. Also was heißt, dein sieht schöner aus, aber ich würde das Konzept mit diesem I must start, I must start... Dann nimmt man einfach sich das Blueprint und achtet nur auf die Mästen, dass es halt perfekt ist, wenn ich... Es ist halt viel, viel einfacher zu sagen, zack, als immer wieder genau zu gucken, okay, ist das jetzt genau dran, ist das jetzt nicht genau dran und erst dann das Blueprint zu setzen. Okay, aber dann... Ach so, deswegen hast du die da. Kann man dann nicht sagen, dass man die hier auch so eine kleine Beule gibt, die in einen Schienen? Geht das nicht auch noch so ein bisschen? Du, wenn du dich damit befassen möchtest, dann mach das. Wenn du die Kreuzung machen möchtest, dann mach das. Ich gucke ja nur, ob das so oft so ein Ticken, so ganz Mühe noch geiler macht, weißt du? Weil es sieht schon so geil aus, aber dann ist da halt diese kleine Beule, weißt du, diese kleine Pickelbeule da oben, die so ein bisschen irgendwie... Da hat er irgendwie dieses Knie aufgeschlagen, weißt du? Das ist so ein bisschen dick, das ist so ein bisschen... Ja, aber... Aber ich denke mir, irgendwo soll es dann halt auch als Funktion dienen. Ja, ich hab auch... Ey, jede Änderung, die ich da vorschlage, muss am Ende die gleiche Funktion haben, das muss genauso gut funktionieren. Das ist Basis von allem, natürlich. Naja, gut. Ja, ja. Ich geh dann wieder, ne? Ja, mach mal ein. Ja, ich mach schon, ich mach schon, ich mach mal eigene Kurven hier. Ja, siehst du? Ja, ich hab deine eigene Kurve hier. Ja, genau. Rägt mich nicht auf. Soll ich hier nochmal ein bisschen Spaß in die Kurve bringen hier? Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier so eine Kurve mache? So, so, und dann geht's hier. So. Hä? Was haltet ihr hier von? Das ist Spaß. Toll. Oder? Ich finde, das ist mega lustig. Das ist voller Spaß. Für ganze Familie ist das wirklich. Ich liebe Kurven. Kann man hier noch irgendwie so einen Hebel hinsetzen und so einen Trolley-Proper noch bauen? Oh, das langt. Und wieder an die Front. Das langt. Oh. Drehen. Oh, Mann, ey. Oh, ey, 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 ey. Ist das, ey. So, Dima, wofür hast du dich entschieden? Die grünen Zirkel. Oh, hä? Hm? Guck mal in die Kiste. Oh. Was ist da passiert? Jo. 0,1-Prozent-Chance. Let's go. Ne, 0,2-Prozent-Chance. Das heißt, ich nehme jetzt den. Und packst die da rein. Pack die da rein. Ja. Und schon? Ja, hab ich den jetzt gegeben. Statt 2%, 2,9%. Oh, Diga, jetzt geht's los. Der Ball geht ins Rollen. Wenn du jetzt noch einen Verwehrter hättest, ne? Naja, gut. Ich will nicht die Wunden aufreißen. Scheiße. Das ist wie, wenn du mit Uran anfängst und dann noch nicht Kovarex-Processing hast, weißt du? Kovarex. Das ist dann auch so. Wusstet ihr übrigens, dass Kovarex-Processing genauso heißt, weil ein Entwickler Kovarex heißt und der das gemacht hat? Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Mal erzählt. Okay. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man dann plötzlich irgendwie hört, ja, jemand hat ein Interview mit Kovarex. Und ich so, hä? Das kenne ich doch. Im Ernst? Nee, das habe ich doch schon mal gehört. Das ist doch irgendwie dieses Uran-Ding da, oder? Das hier ist ein bisschen breiter. Ja, Silke, wie breit hast du die Abstände bei den Schienen gemacht? Genau, ein Abstand. Also genau eine Schiene, ja? Ja, eine Schiene. Okay. Kannst du sogar direkt sehen, du hast ja das Blueprint jetzt, ne? Ja, stimmt. Ich lösche es mal. Ich hast mal gelöscht, Kovarex. Ja, du hast es eh abgespeichert und du gibst dann ja die Endsumme durch. Da brauche ich ja nicht die Zwischenstände bei mir speichern, ne? Wollshit hier wegmachen, ja. Wollshit, alles, ja kacke. So. Boom. Jo, dazu mit den Dinger jetzt ne Viererkreuzung hinkriegen und die Signale. Okay, das ist jetzt Königsklasse. Weißt du, was ich mache hiermit? Bekreuzung? Ich mach den hier. Warte. Nein, das... Oh? Plötzlich ist es nicht mehr genau, ne? Plötzlich klappt das nicht mehr mit den Messen, oder wie? Moment, nein, 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 jetzt doch. Sönke, ich hab doch ein Einwand in die Blueprints. Und zwar konzeptionell, so fundamental. Was ist mit Roboports? Ja, kommen nebenbei plötzlich. Da ist es mir gerade eingefallen, und ich sag's lieber jetzt, bevor... Also, eigentlich wär's doch geil, wenn die auch irgendwie, ne, da drinne wären, ne? Aber da kommst du halt, wenn du einen breit mit Gleisen machst, nicht hin. Dann müsstest du eigentlich in der Mitte zwei Gleise Abstand lassen, damit da einer dazwischen passt. Ah, du bist doof, ne? Ja, okay. Aber wenn du da zwei Gleise Abstand... Moment, wenn du da zwei Gleise Abstand lässt, dann ist der Mast in der Mitte... Ja, ja, ja. Doch, der ist immer noch mittig, ja. Und das, äh, und der Roboport selber ist... Äh, wie groß ist denn der? Ist der 4x4? Weißt du, was wär's? Ich stell mal einen her, wir haben die ja. Einen blauen. Ja, der ist 4x4. Der passt dann genau dazwischen. Ja, ich weiß, ich hab's schon. Okay, geil. Ja, sorry, tut mir leid. Boah, immer wieder diese Sonderwünsche, ne? Das muss ich alles wieder von vorne machen. Ich möchte hinzufügen, dass ich nur einen Hinweis gegeben habe. Ich möchte nur hinzufügen, dass ich diesen Hinweis gegeben habe und du dann gesagt hast, Ah ja, ich möcht das auch haben. Ja, ich weiß. Und dann kommst du mit sowas. Ja. Ich bin nicht dein Boss, du musst das nicht machen, aber ich geb dir als Vorschlag, dass das geil wäre. Und du wirst selbstständig entschieden, dass das eigentlich geil wäre und du jetzt auch haben möchtest, oder? Oder? Nee. Ich würd's dir jetzt am liebsten so lassen, aber... Ich kann nicht. Aber wir sind jetzt noch an dem Punkt, weißt du? Es ist... Du hast schon Arbeit reingelassen, aber stell dir vor, wir machen das... Hätten das jetzt erst irgendwie... Kaum 20 Stunden gemerkt. Dann müssten wir alles ändern. Wir haben ja noch nicht eine Strecke so gebaut, also... Nach 20 Stunden erst den Roboport. Scheiße, wir wollen da eigentlich Roboports mit so machen. Das ist sowas wie Ausschneiden-Tool. Ja. Was wollte ich jetzt wieder? Munition. Produktivität für Stahlträger 1. 10% Produktivität für Stahl. What the fuck? Krass. Cool. Äh... Ja... Also, falls ihr irgendeine Tech wollt, ne? Also, ihr könnt hier eigentlich auch auswählen. Ich hab da jetzt natürlich noch nicht so... Ich würd jetzt die Transportmenge reinmachen, aber ihr könnt da auch was auswählen, falls ihr irgendwas wollt. Schön, oder? Echt schön. Okay. Wie lange soll das? Ich würd auch jetzt. Kurz. Ich würd das extra Skellett direkt. Okay. Jeder wünscht sich jetzt was, okay? Mehr Gehalt? Genau. Oh, erforscht man mehr Gehalt. Chef, ich hab ne neue Technologie erforscht. Oh, ist sehr gut. Den können wir bestimmt richtig Kohle scheffeln. Ja, die Tech ist mehr Gehalt für mich. Bitte. Und Winde. Ganz wichtig. Sonst zieht es in der Base. Wo soll ich denn das Kupfer abladen eigentlich? Das wäre eigentlich besser da oben irgendwo, ne? Da, wo die Circuits produziert werden, oder nicht? In der Nähe davon. Ja, also wir bräuchten ja da dann wahrscheinlich neue Öfen. Ich mach da übermal. Also wir haben ja hier eine Eisenablage. Die wird wahrscheinlich auch nochmal eh abgeändert. Bisschen nach rechts verschoben. Dann könnte ich das irgendwo da oben abladen. Aber dann ist das ein bisschen zukunftssicher. Mal hier hochgehen. So. Wir haben schon viel geschafft heute, ey. Mega, übel viel. Ja, vier Leute schaffen auch viel. Ja. Und ich möchte nochmal betonen, jeder hat hier richtig krass viel seinen Anteil dazu beigeleistet, ne? Also beigetragen. Das ist wirklich krass. Wann anfangen bis Ende, Digga? So muss das. Was? Was? Ne, ich da voll ganz einen Witz bringen. Da kommt Silke und sagt, kann ich das wegbauen? Aber ey, wenn ihr es verbessert, ist ja okay. Sagst du jetzt, ne? Ja, bis bis es, bis es, äh, bis es, äh, bis es, äh, bis es mir der Kragen platzt. Oh. Ich merke schon. Bin hier eventuell gar nicht erwünscht. Äh, wenn du das denkst, äh, so, Fallschede. Ach so. Sehr erwünscht. Ach so. Ah, okay. Boah, grad nochmal gerettet, Junge. Wir wollen nicht hier haben. Ich dachte, ich bin hier nicht erwünscht. Ah, doch, 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 ja, ja. Doch, doch, doch. Das kannst du ruhig denken, ja, ja. Das kannst du ruhig denken. Gut, dass du aber gesagt hast. Was? Ich zeig dir was, ja? Oh Gott. Siehst du mein Blueprint? Ja. Ne. Boah. Ja, siehst du, eigentlich ist die Änderung doch easy gewesen, oder? Eigentlich ist es doch ganz geil. Nein. Ja, doch. Also nicht. Ja, doch. Hinsetzen, einer rechts setzen, abspeichern, boom. Geil. Nee, war es leider nicht, aber ist okay. Okay, gut. Aber frag jetzt nicht viel. Es war halt einfach so, manchmal kann man die Schienen bestimmt setzen, sodass du nur vier frei hast. Und ich habe es gerade immer nur geschafft, dass diese Schiene, also dazwischen immer nur vier statt drei frei hat. Und das musste ich jetzt gerade irgendwie umdüdeln, dass es nicht vier dazwischen frei hat, sondern nur drei. Deswegen musste ich das einmal vertikal drehen. dann musste ich die Strommesten einmal wegmachen, dann musste ich es zusammenschieben, rumessen wieder hin und dann hatte ich das Blueprint. Aber das erst mal rauszubekommen, das war nicht so schön. Dass die drei sind? Das verstehe ich nicht, was du damit meinst. Wenn du Strommesten hier dazwischen hast, ja? Ja. Dann hat er ja hier so ein Feld. Genau, zweimal zwei. Und du kannst jetzt nicht sagen, die gehen, geh ein, weiter nach innen, sondern du musst die Strommesten entfernen und dann musst du reinmachen. Probier das doch einfach aus. Versuch. Du musst reinmutzern. Also ich würde jetzt einfach hier das, also erst mal hier das Ding hier unten hinsetzen. Ja, ist egal. Und wenn ich den so hinsetzen würde, dann... Egal, mach einfach dein Ding. Ich mach mein Ding. Habe ich jetzt eine andere Lösung direkt gefunden oder was ist jetzt der Fall? Also hä? Mir ist das egal. Jetzt mach dein Ding, Junge. Mach dein Ding. Ich sag's nicht, ich wollte es doch nur verstehen und auf einmal bin ich... Ja, das war scheißegal hier. Ich hab nicht mal das Problem verstanden und schon ist... Lass mich genug Ruhe. 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 Was ist passiert? Habe ich jetzt einen Front gemacht oder habe ich es ausgesinnt gelöst oder was ist jetzt los? Kannst du es wenigstens auflösen? Näh. Lass mich genug Ruhe. Ich kann doch einfach nur meine Blueprints machen. Einfach in Ruhe. Ich bin gebrochen von der Welt. Also ich möchte betonen, dass du gerade das angesagt hast, weswegen ja hier, da war dies und das Problem und ich hab nur gesagt, ich versteh's nicht, ja? Und dann hast du gesagt, lass mich in Ruhe, also... Es endet immer damit, dass du in Ruhe gelassen bist. Du wolltest mir was zeigen und ich sag, ich versteh's nicht, du erklärst und dann sagst du, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich weiß nicht, Junge. Lass mich in Ruhe. Ich kann das nicht mehr. Lass mich wieder in Ruhe. Eine Rückfrage. Ah, komm, halt's mal. Oh Mann, ey. Ja, schön. Machst du das gut? Ich will doch nur fragen. Na, ich mach das nicht gut. Doch, Mann, ey. So will ich hier wieder in Debritown. Mann, ey. Kann ich mal gleich Debritown machen, Junge. Dicker, mir tun die Wangen weh. Was ist das drauf? Ja, und ich versuche jetzt extra für Cedrics harmonisch zu machen. Ja, aber jetzt ist es extra für mich, weiß ich. Ich stell nur ne Rückfrage. Mager. Ja, keine Frage mit ner Frage beantworten, Cedric. Das weiß man doch. Ach, meine Wangen. Ach, mein Scheiß. Wir sind hier ein bisschen, ne? Ein bisschen massieren. Wir sind hier ein bisschen da. Ich bock leise, ey. Für die Scheiße hier. Ich bock leise für die Scheiße. Ach, wenn wir Roboter haben. Weißt du, dann können wir in so einen Maul bauen, den ganzen Scheiß. Der Roboter baut. Oh, jetzt stellt euch das vor. Oh, juicy. Komm, jetzt mach ich. Los, Cedric. Ich hoffe, es ist kurig genug für dich. Du weißt, ich mag's kurig. Ah, ja. Als deine Stimme auf einmal so tief ist. Oh, ja. Du bist auch krank. Ja, ich hab das Gefühl, dass ich so ein bisschen heiser werde heute. Aber das ist auch, weil ungewöhnlich viel gelabert wird. Okay. Ja, das sieht doch geil aus. Das sieht doch richtig schön aus. Weißt du, kaum ist dafür Abstand. Ja, gut. Ne? Aber die könnte noch einen weiter rein, glaube ich. Aber die könnte noch einen weiter raus, finde ich. Also noch so, äh, wenn man die noch einen gerader in die Richtung macht, ich glaube, dann könnte es noch ein bisschen symmetrischer aussehen. Du hast es fast richtig gemacht. Mann, hier gibt's kein richtig Falsch, Leute. Jetzt hat er auch ein bisschen reinzureiten, Mann. Das kann ich nix für hier. Das ist aber wahr. Aber Birke frag doch immer wieder nach deiner Meinung, Alter. Ich hab das einfach mal zu machen. Oh, ja, aber das kriegen wir ja hin, wenn wir das hier hinbauen, oder? Das war ja da. Der war ja nur weiter links. Kannst du den nochmal hinbauen? Mach den nochmal weg. Ey, was ist das da? Machen wir das gerade Blueprint dahin, links? Lass mich bitte in Ruhe. Ja, hier. Siehst du, das ist ja nur da gewesen. Ich baue her. Cedric, möchtest du das machen? Nein, aber hier, guck mal. So. Das ist nur eine Stufe weiter nach rechts, weißt du? Ja, das wollte ich doch gerade machen. Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, du hast nicht gesagt, dass du das gerade machen. Ich hab das so vorgestellt, dann kam kein Glück mehr. Ich dachte, gut, dann guck ich mal auf. Dann mach ich das hin. Dann guck ich mal. Mal gucki. Komm, looki, looki. So, zack. Dünke. Ja. Komm, jetzt nicht irgendwie mit Scheiße, Dima. Ich wollte dir doch nur was Gutes sagen, wie vorhin. Ich hab hier was gebaut. Abreißen. Egal, was es ist. Direkt weg, wenn du den willst. Ich brauche das Reail kurz angekommen, Alter. Ich brauche das Reail kurz angekommen. Wer weiß, man merkt, es wird spät. Egal, es wird immer weniger nötig, wenn man irgendwie da zum Laufen zu bringen. Das Niveau sinkt immer mehr. Ich merk's so. Ich hab grüne Circuits erstmal. Ich hätte auch hingelegt, welches Material wo rankommt. Ja, wenn du da irgendwie ein paar Lanes hast, die kannst du einfach anzapfen und ansetzen, ne? Ja. Ja. Was wir denn jetzt holen? Oder vergessen. Da und da und da und da und da und dann machen wir auf die andere Seite dort und dann machen wir hier und dann machen wir da und dann machen wir da und dann machen wir da und schon ist die Kreuzung fertig. Tada. Tada. Oh ja. Thick rails. Spongeboboy. Ah, Spongeboboy. Wir haben zwei von denen. Arara. Hm, ja. Na so. Wo stehen nochmal die Chancen, was du da kriegen kannst? Über Havon. Über das Sampler. Bei Qualität. Sehr gut. Ja, aber ich meine, wo du gesehen hast, dass, weil wir haben jetzt Normale, also Ungewöhnliche und Seltene. Und wie hoch ist die Chance, dass wir dann quasi was noch, was ist denn, was kommt nach Selten? Äh, Epische. Epische und danach Legendäre, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Achso. Also da müssen wir erst eine Forschung für machen, dass wir Epische bekommen können und danach Legendäre. Aber ab dem Punkt haben wir dann, glaube ich, auch schon Verwerter. Machen wir hier auch nochmal die Forschung. Weißt du, wir können auch die Healer-Forschung ansetzen. Wir können jetzt dann auch gleich gelbe Forschung machen. Äh, wir könnten vielleicht auch mal... Wo ist denn das Raketensieger eigentlich? Ja. Ja, brauchen wir noch Raketentreibstoff und dann Raketensieger. So kommen wir hier auch mal alles. Das Brauch. Okay, also Cedric, hier unten kommen die Kupferdinger an, ne? Hier, da, wo ich stehe. Das habe ich alles markiert, wo was. Nur, äh, Kupfer müsste ich hier ankommen. Uiui, Junge, oder? Ja. Kupfer müsste ich hier ankommen und Metall müsste halt einmal hier, hier, also vier Adern. Mhm. Ja, check ich. Das war es eigentlich. Die Aufteilung ist nicht 100% ausgewogen, aber das ist ja egal. Ah, du hast das nicht direkt reingefiedelt. Hast du darauf geachtet, wie viel Kupferdraht auf eine... auf einen Bärl draufpasst, ob das klappt? Das habe ich ja gerade gesagt, das muss ich austesten. Deswegen habe ich einen Ticken mehr. Ja. Also das Verhältnis könnte ungefähr stimmen. Es wird jetzt, wie gesagt, nicht 100% sein, aber ich will ja eh nicht auf 100% gehen. Das wird mein Kopf kaputt machen. Äh... Ich schaue, was es wird und dann baue ich entweder mehr hiervon oder weniger davon. Das ist ja kein Ding. Ich überschlag das mal eben, ja. Also wir haben... In 0,5 Sekunden kriegen wir zwei. Ja. Und die Electricals and Circles brauchen in 0,5 Sekunden drei. So. Das heißt, du brauchst eigentlich immer 1,5 von den Dingern pro Grüne. 1,5 von Kupferkabeln pro Grüne. Hast du 10 Grüne, brauchst du 15 Kupferkabel. Da brauche ich... Dann kann ich hier eine dritte Lane anschließen, glaube ich. Du hast links 50 Assembler und rechts hast du 30. Also jetzt gerade eher andersrum das Verhältnis. Äh... Mann, ich hasse Verhältnisse. Wie ist dein Verhältnis zu Verhältnissen? Nicht gut. Ja, ey, wie gesagt, ich mach das später. Ich hab jetzt keine Lust. Diese hochprozentige Mathematik, das nervt mich immer. Weißt du was? Ich hab einen Vorschlag, der super easy geht und womit du das fixen könntest erstmal. Ähm... Der mittlere, der ist raus. Und dafür ziehst du die rechts einmal, äh... Quasi ein weiter nach links. Moment, ja, also, warte mal. Ähm, also du ziehst quasi die so, dass die in der Mitte nicht zwei Lanes belegen, sondern eine. Dadurch ist einerseits schon mal das Ding komplett belegt, weil aktuell würdest du ja nur links und rechts belegen. Aber dann würdest du ein Band komplett belegen. Und dieses eine Band, ähm, machst du so, also du machst in dieser Linie insgesamt so viele Reihen, wie dann quasi in diesem Bereich hier insgesamt gebraucht wird. Ich verstehe schon. Warte mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Du kannst übrigens zählen, wenn du das, ähm, das Demolish-Tool auswählst, mit Steuerung D, und dann einfach drüber ziehst. Dann siehst du ja, wie viele Assembler da drin sind. Und dann brauchst du das nicht zählen. Ah. Und, äh, also du hast da 24 in dem rechten Abteil für grüne Circuits. Aber genau 50, das ist doch top. Dann brauche ich 75 von denen hier, oder nicht? Genau. Aber weil die halt nicht, äh, weil die halt nicht gleich ausgewogen sind, ja, also wenn man, äh, man könnte halt hier nochmal diese Dinger, ähm, diese quasi hier entfernen, damit das, äh, komplett gleich ist. Ey, ich mach das, okay. Aber das ist, ne? Ich weiß jetzt, dass ich davon quasi 75 bräuchte. Ja, aber ich würde halt an deiner Stelle die, ähm, die Kupferbänder rechts doppelt belegen, von beiden Seiten. Und dann da rechts nochmal eine zweite Reihe aufmachen, oder noch eine dritte. Aber die dann direkt reinfieden. Also nicht nochmal untereinander so viel wechseln. Sondern ich würde eine Reihe machen, die dann links die komplett feedet. Und dann eine Reihe machen, die die linke Seite komplett feedet. Also die rechte und linke Seite von grünen Assemblern, der direkt. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Ich verdoppel das hier, da hab ich 60, da mach ich nur noch, klatsch ich da nochmal plus 15 rein. Ja. Weil bei, immer, äh, deswegen hatte ich bei Stefan ja auch gemeint, äh, wenn du grüne oder rote Circuits baust, ist es eigentlich immer besser, das direkt reinzufieden, wie hier oben. Dass du von Assembler zu Assembler gehst, weil halt so viele Kupferdrähte gebraucht werden. Und Insurter diese viel besser transportieren als über Fließbänder. Weil Fließbänder halt nur eine gewisse Anzahl tragen können. Und besonders, wenn die sehr weit runter gehen müssen, dann ist es irgendwann weg. Und, äh, hast du halt eine bessere Kontrolle darüber. Ähm. Viel weg. Ich wollte aber nicht mit diesem System bauen. Ja, ja. Das ist ja auch okay, ne? Aber du hast halt dadurch halt einen Nachteil, nämlich du musst auf die, ähm, du musst gucken, wie viel dein Band überhaupt tragen kann. Das, das ist halt das Ding. Du könntest so ein Design, wo das direkt viel ist, unendlich weiter ziehen. Theoretisch. Weil du dann einfach nur diese Kupfer, ähm, Produktion, also du könntest es doppelt so weit ziehen, sagen wir mal. Nicht unendlich, aber doppelt so weit. Und bei den, ähm, über Belts ziehen, bist du halt da, äh, kannst du das nicht in dieselbe Linie ziehen. Es sind unterschiedliche Sachen, aber man muss nur wissen, was die Vor- und Nachteile sind, damit man das weiß und das auch berücksichtigen kann, weißt du? Dein Belt kann nur gewisse Anzahl tragen. Und sagen wir mal, ähm, als Beispiel. Bei dem obersten Teil hier oben, bei den Kupferdrähten, da ist das Band voll. Die hier unten legen weiter drauf. Aber die hier direkt daneben können nicht mehr drauflegen, weil das Band schon voll ist. Dann kannst du auf dieses Band nicht mehr raufpacken und dann wird auch hinten nicht mehr genug ankommen. Auch wenn du die richtige Anzahl Assembler zu den richtigen Anzahl von Assembler von grünen hast. Das heißt, du müsstest dann eigentlich nochmal ein weiteres Fließband aufmachen. Ich sehe das anders. Ich denke mir, sobald da oder der Markierung, sagen wir mal hier, ab dieser Markierung ist voll, dann ist ja folgendes das System. Nur die unteren arbeiten, weil nicht mehr verlangt wird. Sobald du mehr verlangst, wird es ja gerade bis dorthin stocken und dann arbeiten alle. Und sobald alle arbeiten, geht das wieder ein bisschen zurück, der Puffer. Aber ich meine nicht stocken, also dass es steht oder immer wieder stoppert, sondern dass es gerade durchfließt. Weil es hier alles abgeerntet wird. Weil ja quasi, wenn die oberen sechs nicht arbeiten von den Drähten, dann werden ja auch die unteren grünen nicht arbeiten. Weil du ja eigentlich, wenn du das jetzt genauso gemacht hast, dass du 1,5 mehr Kupfer hast als grüne Circuits. Und die rechts nichts aufs Band packen, kommt das ja auch nicht an. Und das fehlt dann bei den grünen. Das heißt, da arbeiten nur die ersten grünen und bei den Kupfer arbeiten nur die hinteren grünen, weil die was drauflegen können. Und das passiert, weil du ein Bottleneck in dem Fließband hast. Das kann einfach in diesem Transportierweg, kann es nicht mehr aufnehmen. Da bräuchst du entweder bessere oder noch schnellere Fließbänder oder eine breite oder mehr Fließbänder so. Aber da ist halt das Ding. Was passiert, wenn ich das noch weiter runter mache wahrscheinlich? Oder ich muss die ersten zwei, drei Kappen? Genau, wenn du es noch weiter machst, ist es 100% so. Wenn es so wie es jetzt ist, könnte ich es mir vorstellen, dass es bei den ersten oder zweiten Reihe kommt. Weil halt so viele Kupferkabel produziert werden. Ja, wir schauen mal. Ich habe nach Bauchgefühl wieder gearbeitet. Ja, du, ich sage dir nur, dass du halt darauf achtest. Weil das halt sehr schnell passiert bei solchen Konstruktionen. Und ich kenne da halt die Vor- und Nachteile schon so ein bisschen. Weil ich das auch mal so gemacht habe. Wenn du das weißt, kannst du es so bauen, dass das in der Technik auch funktioniert. Ohne Probleme. Aber wenn man das nicht weiß, dann hat man da vielleicht am Ende nochmal wieder einen Justierbedarf, weißt du? Okay, I try. Ja, aber nicht heute. Wir müssen eh ein neues Kupfer hier ansetzen. Ja, das ist ja alles gut. Oh, ich weiß nicht, wohin, ey. Da ist jetzt sehr viel abgedeckt. Eine Seite habe ich schon mal sehr stark bearbeitet. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Schienen beschädigt. Scheiß Granaten. Wie weit ist eigentlich die Verschmutzung voran? Oh, scheiße. Das geht eigentlich. Geht eigentlich im Nordosten. Ein bisschen weiter verbreitet. Berührt schon die ersten Nester am Westen, aber ich habe ja abgesichert. Bei Öl im Süden müssen wir vielleicht aufpassen, dass der nicht irgendwelche Sachen anlockt. Ja, das könnte eklig werden. Die werden wahrscheinlich dann, wenn die unten getriggert werden, gehen die zum Strom. Ah, da kommen sie schon. Ja, guck mal. Mensch. Ah, die greifen den Zug an. Perfekt. Äh, Stefan, du bist doch gerade in der Nähe, oder? Nee. Ah, das ist nur dein Kameradring. Ja, scheiße, die greifen den Zug an. Da ist man einmal am Gucken. Ja, ja. Mann. Ah, nee, die sind durch. Hä? Hey! Oh Gott. Hä, die wollen zu dir, oder was? Alter, die sind, das sind, das sind, Mann. Wo ist mein, äh, da? Boah. Die wollen dich haben. Meine Fresse, Alter. Ja, also, äh, Süd-Osten. Die gehen einfach durch, ey. Süd-Osten müssen wir. Ja. Kurz creieren. Wir haben doch mittlerweile bestimmt schon, äh, rote Moni, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, dann kannst du die doch locker ausradieren, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und nur gucken, wie das mit der Versurzung ist. Ja. Machen wir ein paar provisorische Roboter-Hangare. Oh, es geht los. It's, it's going on. Ja, jetzt ist auch schon, äh, bei mir die Logistik im Inventar in der Mitte. Die ist auch ein bisschen breiter als sonst, oder? Das Menü. Naja. Das ist die Nesterflüge. Pfeffer ausrotten. Wo ist mein Auto? So, wie wollen wir das machen? Ich glaube, ich überlege jetzt einfach mal und mache währenddessen wieder mal ein bisschen Waldrodung. Wie soll die Train Station sein? Das ist ja immer so ein... Da man steht und fällt ja so gut wie alles hier auf Norvis, ne? Oh, ist mein Auto? Oh, ist mein Auto? Mein Inventory, oder was? Ist nicht kaputt gegangen, das weiß ich. Äh, würde ich machen. Ah, Kanat, alle. Ah. Dann zurück zur Rohrgewalt. Das ist so verkorkst unsere Basis, ich kann... Ja, ich muss erst mal früher so bespauen. Ja, wo ist da der Bus, der irgendwie noch was hat und nicht und geht da durch. It's a spaghetti. Aber ich finde, es ist... Ähm, es ist nicht so ein Spaghetti geworden, wie bei unserem letzten Spielstand. Stefan, hier ist dein Auto. So, Teddy. Äh, kannst du einmal noch mal draufschauen, wie ich die Kreuzung gemacht habe. Ja, ja, ich gucke, aber ich sage nix. Äh, mit der Schaltung hier. Ja. Ja. Das ist okay, ne? Ja. Das ist schon ein weiteres Gebäude. Sollte das sein, ne? Ja, genau so passt das, ja. Ich habe das jetzt so gemacht. Da rechts oben fehlt noch ein Signal, aber das ist vom Prinzip her richtig, ja. Oh, okay. Ja. Aber dann müsste das hier jetzt passen. So, Abel, Süd. Ich wollte halt nur noch mal sagen, ich mache das jetzt so, weil es halt anders, äh, schwer möglich ist. Dazu bräuchten wir jetzt noch mal diese Rails, die halt da drüber gehen, um es dann halt besser zu machen. Also die Kreuzung. Äh, inwiefern, äh, aber die Kreuzung, die funktioniert noch nicht so, ne? Eine Sache fehlt. Magie. Du kannst von unten, wenn du von unten kommst, nicht nach links. Ah, stimmt. Nicht nach links. Ah, scheiße. Die Querverbindung fehlt noch. Also du musst noch mal in der Mitte die Signale auch noch machen. Ja. Ja, nee, alles gut. Ah. Ja. Kriechen. Ich rufe dich noch aus. Ach ja, und du, ah, das meinst du, was nicht geklappt hat, ne? Du kannst nicht die, äh, gerade so durchziehen, dass die, äh, oder, nee, doch, hier, doch, da. Da gehen die rüber. Dass die... Ach so, ja, weil ich das jetzt noch mal umgeändert habe. Egal, ich würde es trotzdem gerne so lassen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Aber so könntest du, wenn die beiden, ähm, also, wenn wir doppelte Last haben auf den Geraden, würden die dann bei einer Kreuzung immer ein Bottleneck sein, weil die dann nur auf einer Linie nach links geradeaus oder rechts, oder links oder geradeaus könnten. Rechts können ja, nee, rechts können auch nur einer. Also, egal in welche Richtung könnte dann nur einer fahren. Und das müsste auch davor in der Geraden entschieden werden, weil es hier nicht mehr möglich ist, zu wechseln. Nein! Das ist immer so schnell, Alter. Erst ist es fein und dann, oh, nee, doch nicht. Okay, dann nehme ich das Auto. So lange gut, bis es nicht mehr gut ist. So, zweites Auto hier geparkt, Alter, geil. Also, Silke, das ist super kompliziert mit der, mit der Kreuzung mit, äh, vier Lanes. Aber, Voraussetzung würde ich schon sagen, aus jeder der beiden Lanes sollte der in jede Richtung abbiegen können. Das ist difficult. Aber das traue ich dir zu. Loll, man stimmt sofort bei dem Scheiß. Okay, da brauche ich, äh... Oh, ist ein großer Wurm, yo. Äh, hast du schon, äh... Deswegen bin ich so froh. Du kannst dir auch schon eine modulare Rüstung machen, ne? Die hat nochmal mehr Resistenzen. Und, äh, du könntest da... Äh, auch Schilder und sowas reinmachen mit Solarpinne. Oh, wir haben auch Gift endlich. Oh, geil. Oh, das... Mit den Signalen wird richtig scheiße werden. Ich sehe es schon. Hey, ich pack mich voll. Yeah. Dann geh aufs Klo, bevor das passiert, der fuck. Nein. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ah, du meinst, du hast geschissen fast. Mhm, mhm, mhm. Einiges Schmiermittel. Äh, noch nicht, ne. Wie? Wo kommt denn das her? Ja, kann ich... Kann ich machen, wenn du willst. Dann geh ich jetzt an Öhren. Hochschnell Schmierschiss. Dann kann ich, äh, die Roboter herstellen. Alright. Ja, mach ich Öl. So. Dann setzen wir mal hier die Produktion um auf, ähm... Erweiterte Ölverarbeitung. Bo, 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 bo. Obwohl, wir machen mal einen auf normal. So. Damit wir immer mal was herstellen und nichts komplett auf leer geht, wenn die Dinger voll sind. Ah, scheiße, ich hab keinen Stahl. Wo brauchst du die? Ein Schmiermittel. 88 deutsche Stahleinheiten. Wo brauchst du die? Deutsche Stahleinheiten, oh boy. Wo brauchst du die denn? Nö, gar nicht. Ich brauch die gar nicht, deswegen kannst du die nehmen. Äh, ich mein, der Schmiermittel. Wo brauchst du das? Ach. Ja, das ist ein Problem. Bau ein paar Motoren dafür. Auch noch. Ja, wenn wir das eh um... Das ist provisorisch, damit wir ein paar von diesen Robotern erstmal herstellen. Mhm. Von denen, warte mal... Logistikrobotern oder halt Baurobotern. Ja, Bauroboter. Logistikroboter können wir aktuell noch nicht viel anfangen mit, weil wir halt nicht die, äh... Requestor-Chests haben. Ein Bauroboter. Achso, da können wir eben... Ah, aktuell können wir eh nur mit Baurobotern was anfangen, aber die sind günstiger. Aber ich hab hier unten ein paar Batterien. Die Batterien brauche ich für dieses... Ja. Warte mal. Was da passiert. Auch sehr süß direkt dran geklatscht. Die kuscheln schön mit den Tanks, das find ich gut. Hab ich noch nie so gebaut, noch nie so gesehen, aber ist geil. Ist mega ab, wie es irgendwie, aber hab ich nie drüber nachgedacht. Ja. Geil, ja. Ja. Einmal und dann... Ja, Motoren ist nur so ein Ding. Richtig kacke herzustellen. Ähm... Du könntest mal auf die Suche gehen und übergucken, wo eine ungewöhnliche Montagemaschine 2 ist und die umtauschen, um die dann bei den Motoren reinzusetzen. Oder Speed-Module noch zusätzlich noch zu craften und die Motoren zu boosten. Das wär ja so das Schnellste, womit wir mehr Motoren bekommen. Damit kriegen wir auch mehr blaue Science. Weil da ist halt kein Platz mehr. Ich hab auch schon überlegt, wie wir das mehr machen können, aber da ist einfach kein Platz so. Da müsste ich die rote Muni abreißen und so, da hab ich jetzt keinen Bock zu gehabt. Tempo-Module wolltest du haben. Ja, Tempo-Module da rein und die halt upgraden, dass es schneller läuft. Schön mal ein paar per Hand. Ach, hier oben fehlt... Da oben fehlt auch noch ein Inserter. Der obere arbeitet gar nicht. Das wär auch ganz gut. Wo? Ach, warte, da kann ich eben hingehen. Ich bin ja auch daneben. Warte, ich mach das mal. Den setz ich doch mal eben hin. Hab ich vergessen. Dann haben wir das hier. Dann kann ich jetzt ein paar Tanks machen. So. Dieses Drecksweg, Alter. Ja, Muni ist schon sehr wichtig. Mach ich halt auf jeden Fall nächstes Mal. Ja, es ist ja so vollgebaut, da komm ich ja kaum raus, ey. Ja, das ist alles provisorisch, aber es geht. Ja, ich mein, bei mir im Öl hier gerade. Stimmt auch anderswo, aber in dem Spalier, mein ich hier... Mach ich das so. Mach ich hier den Tanken. So, und das ist das Sperröl. Das ist das Sperröl.